So herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Minecraft, dem Singleplayer, von mir. Ja, es war schon Ewigkeiten her, dass ich die letzte Folge hatte. Da gibt es aber auch einen guten Grund wieso und zwar hatte ich jetzt, warte, wie lang war das? Fast einen Monat oder so hatte ich meinen PC nicht mehr. Das waren schon zwei, drei Wochen. Und ja, wieso hatte ich meinen PC nicht mehr? Wir renovieren gerade mein Zimmer und wir haben da jetzt gerade einen neuen Boden rein. Und da musste ich meinen PC woanders hin deponieren und da habe ich ihn halt nicht angeschlossen und so und bla bla bla. Deswegen konnte ich nicht spielen, also bitte ich um eure Verständniskeit, wie auch immer, dass ich nicht spielen konnte. Oder halt besser gesagt nicht aufnehmen konnte. Jetzt nehme ich aber mal wieder auf und ich wollte das ausprobieren. Und zwar seht ihr, das Video kann man in Originalqualität angucken. Wollt einfach mal ausprobieren, so, ähm, ob das gut ankommt, ja. Das dauert ja auch natürlich für mich länger zum Rendern jetzt, aber, äh, naja, kann man halt nichts machen. Äh, wenigstens habt ihr dann eine bessere Qualität. Ähm, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob die Qualität wirklich so besser ist. Oder ob ich halt wieder, wie gewohnt, früher in 720p machen soll. Das liegt allein an euch, also schreibt es einfach mal in die Kommentare. So. Ähm, was mache ich hier denn gerade? Ich mache ein bisschen Terraforming. Äh, weil ich hier ein Grund, also was hier hinbauen will, ja. Äh, und da möchte ich gerne so eine gerade Fläche haben. Und deswegen brauche ich da auch viel Erde jetzt dafür. Äh, ich weiß nicht, ich habe gar nicht mehr so viel, ja. Da muss ich noch ein bisschen anschaffen gehen. Äh, 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 er hat anschaffen gesagt. Äh, 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 äh. So. So. Achso, es wird schon, es wird schon dunkel. Ja, okay. Gut. Äh, äh, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, was wir letzte Folge gemacht haben. Das tut mir wirklich leid. Da müsste ich mir vielleicht mal die Folge angucken. Die letzte. Ich glaube, da hatten wir ja hier noch irgendwie eine Baumfarme. So ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht mehr. Das ist echt krass, wie schnell man sowas vergisst. So. Na. So. Musik. Hab ich jetzt nicht angemacht. Hab ich jetzt, äh, vergessen. Ich bin nämlich hier gerade in Eile. Ich muss nachher zum Arzt. Äh, weil ich irgendwie Hüftprobleme hab. Und da lass ich mal, lass ich mal schauen, was, was da, was da nicht los. Was da, was da falsch ist. Ja, was da, keine Ahnung. Ich kann kein Deutsch. Äh, ich brauch ein bisschen Erde. Erde. Aber es wird bald dunkel. Ist natürlich auch scheiße. Dann haben wir eigentlich auf, ach, wir haben auf einfach. Würde ich mich verarschen. Prosti verhalten. Äh, toll. Jetzt baue ich da, wo ich nachher was hinbauen will. Ist natürlich auch schlau. Gut gemacht, Sammy. So. Wir bauen jetzt einfach mal hier ein bisschen ab. So, weg damit. Und, ja, dann wird's eh nachts, dann müssen wir eh schlafen gehen. Essen. Ah, so. Ich glaub, die Folge wird ein bisschen kürzer. Ich glaub, so zwölf Minuten. Es tut mir wirklich leid. Aber ich muss dann wirklich auch gleich zum Arzt gehen. Ich wollte jetzt halt nur noch schnell was aufnehmen, damit für euch heute noch was, noch eine Folge rauskommt. Weil sonst ist es natürlich ein bisschen, ein bisschen kacke. Oh nein, es wird dunkel. Es wird zu dunkel. Was für eine Version sind wir eigentlich? 1.6.2, ich muss mal updaten. Es gibt doch schon 1.6.4, ne? Uh, da muss ich mal updaten. Meine Fresse. Wie lang das her ist schon, ne? Das ist echt krass. Obwohl es ja nicht mal ein Monat war, dass ich nicht gespielt hab. Naja. Ist jetzt nichts Tragisches. Okay, jetzt wird's echt ein bisschen zu dunkel. Ah, ich hab Dynamic Light drin. Cool. Uh. So. Dann gehen wir mal ein bisschen hier pennen und so. Unsere Pferde haben wir auch fast nie benutzt. Und ich weiß auch warum, das Heu, das, äh, kriegen doch nur die Kinder, also die Pferde, Babys oder was. Wenn das Pferd nicht ausgreift, ist das so, keine Ahnung. Äh, damit kann man das ja dann irgendwie, weiß ich nicht. Aber, nein, ich hab da echt keine Ahnung von. So. Ach, das ist doch wieder schön. Morgen. Morgen! Huh. Okay. Ich hab hier natürlich jetzt einiges an Schrott in meinem Inventar. Jetzt hab ich wieder... Jetzt hab ich nicht so arg viel, ne? Na, kann man halt nichts dran ändern. Na, komm mal durch. Lass mich durch, mein Lieber! So, wo... Wo machen wir denn noch? Am besten hier, weil ich hier will ich da bauen. Was möchte ich denn bauen? Ähm... Ich hab mir überlegt, ich bin natürlich, ob ich's hier, ups, ob ich's hier mach oder eher da hinten. Ich möchte gern einen großen Turm bauen. Ähm, wo ich dann meinen, meine, meinen Wohnsitz verlege. Also, ich werd' noch mal da wohnen, sondern ich werd' noch was neues bauen. So nen geilen Turm mit so vielen Etagen und so. Ähm, ich denke, das wird nachher so ganz gut aussehen. Ich hab' sowas natürlich auch schon im Creative mal, äh, testweise ausprobiert, wie sowas aussieht. Und ich find', das sieht echt schon geil aus. Besonders, wenn man ein bisschen mit Lowstone und so rum experimentiert, dann sieht das nachts schon extrem nice aus. Äh, da werd' ich einfach mal gucken, was ich da bauen kann. Ähm, kann ja natürlich sein, dass ich meine Meinung ändere und dann einfach, äh, mein Haus erweitere. Hier, ne? Kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir nicht genügend. Ja, der, toll. Super, das freut mich sehr. Na, komm. So. Zack und zack. Na. Gut, ähm. Dann haben wir das mal hier so ein bisschen erweitert. Die Zuckerroffarm, brauch ich die eigentlich noch? Ich brauch die eigentlich gar nicht mehr, ne? Weil ich mein, was, was, äh, will ich denn noch machen? Ich hab doch jetzt ein voll funktionsfähiges, äh, Enchanting-Ding, ne? Also brauch ich's eigentlich, ne? Dann kann ich's ja eigentlich jetzt auch gleich abreißen. So. Ah, fuck, das brauch ich wieder Erde, Alter. Äh, ich brauch für alles Erde. So, dann brauch ich mal, kann ich ein bisschen Erde abbauen? Irgendwo, wo es nicht so mega auffällig ist, vielleicht hier irgendwie so in der Gegend. Ja, da ist doch gut. Hier fällt's nicht so mega auf. So, wahrscheinlich ist auch eine neue Version von Shade ausgekommen, weiß ich, ne? Könnt' natürlich sein, dann muss ich den mal ausprobieren. Vielleicht ist er jetzt kompatibel mit Optifine. Das würd' mich natürlich sehr freuen, ein paar mehr Frames zu haben, wäre der Aufnahme. Ich hab' jetzt natürlich 4,60, aber, äh, das würd' mich nicht kümmern, also nicht stören, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 100 hätte oder so, ne? Das wär' schon besser. Und dieses, dieses Kantenflimmern da am Ende so leicht, ne? Das seht ihr wahrscheinlich hier so, wenn ich mich so leicht bewege. Das mag ich auch nicht. Das ist einfach nur Scheiße ohne Optifine. Deswegen, ich guck mal, ob das für Optifine kompatibel ist. Wenn ihr das wisst, dann schreibt's mal bitte in die Kommentare. Bitte, bitte! Das würd' mich sehr freuen. Dann könnt' ich mal gucken, was ich so, äh, ändern kann. So. Äh, wir machen jetzt dieses Scheiß-Zuckerrotting weg. Und der Baum kommt mal weg. Wieso? Keine Ahnung. Hehe, toller Grund! So. Ja, da werd' ich jetzt hier einfach mal ausfüllen mit Erde. So. Ich hab' vergessen, wie laut eigentlich meine Maus klickt. Das ist ja abnormal. Scheiße. Warum klickt die so laut? Ich hasse das, wenn, wenn Mäuse laut klicken. Das ist einfach nur... Einfach nur unnötig. So. Jetzt preis' ich mal das Ganze hier ab. What? Hä? Hä? Was für... Hä? Äh, ist das neu? Hä? Warte. Hä? What the fuck? Okay, das ist, äh, neu für mich. Das, äh, kenn ich auch noch nicht. Oh mein Gott. Gut. Dann, äh, wissen wir jetzt Bescheid. Können wir die Kacke da wegmachen? So, so. Ich hab' mir... Ich will mir echt einmal überlegen, ähm... Weil wenn ich den Turm da hin baue, oder halt da, und wenn es dann nachts ist, ne, dann kommt ja so ein riesen Schatten über mein Haus. Und dann ist es ja dann mega dunkel. Deshalb überleg ich mir grad, ob ich nicht lieber hier baue, weil da wird's nämlich niemanden stören, weil die Sonne nämlich so geht. So. Und, äh, da wird's, glaub ich, niemanden so arg stören. Ich glaub, das baue ich dann lieber hier hin. Dann kann ich nämlich hier schon mal die ganzen Bäume wegmachen. Wir haben ja hier Effizienz 4 drauf. Da möchte ich eigentlich auch mal Haltbarkeit drauf machen. Wie lange hält denn die noch? 1320, ja. Kann man lassen, ist okay. 1220. Ja, geht doch noch. So. Muss ich die ganzen Bäume hier wegmachen. Ich müsste eigentlich echt mal hier ein bisschen Erde farmen. Auch wenn das wahrscheinlich mega langweilig für euch ist. Erde farmen. Ich farme Erde. Aber ich mein, woher soll man das sonst herkriegen? Und offscreen will ich's ja nicht machen, weil das ist ja irgendwie eine Kacke. Im Let's Play, offscreen. Das find ich irgendwie doof. Ach, da ist ja ne Schlucht. Ja, hallo. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ist natürlich echt dumm. Ich wohne direkt da und seh die Schlucht nicht. Ist natürlich super, Sammy. Ist natürlich ganz toll. Tolle Leistung. Super. So. Die ganzen Bäume hier. Die Nerven sowieso. Weg mit dir. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn so ein Baum grüppelig aussieht. Ich könnte ja theoretisch auch eigene Bäume bauen quasi halt. Wenn ich die Blätter hier alle abmache und dann halt neu setze. Aber ich glaube, da wird bei mir was richtig doofes rauskommen, weil ich ja nicht besonders mega gut bauen kann. Deswegen lasse ich das, glaube ich, mal lieber. Ich glaube, ihr gebt mir da alle recht. So. Du kommst ja auch weg. Okay. Ach. Apfel. Apfel. So. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hä? Ich bin baumsüchtig. Okay, jetzt. Na, den noch. Den noch. Hä? Was sagst denn du? Soll ich den noch nehmen? So. Okay, das war's, glaube ich. Ja. Jo. Ja, das. Ja. 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 Okay. Erde habe ich ja kaum noch. Also bringt es das eh nicht. Dann tue ich mal die Sachen wieder weg. Ach, hier habe ich so ein geiles Schwert, ne? Uh. Ich habe da Haltbarkeit drauf. Stimmt. Ich denke, das ist voll die geilen Sachen, ne? So. Tue ich mal die ganze Kacke da weg. Hier, komm. Braucht ihr kein Schwein? Einen Apfel. Ich habe einen Apfel. So. Oh, 16 Diamanten. Ist natürlich auch nicht schlecht. Das ganze Holz. Hier muss ich mal extern irgendwo reintun. Hä? Ich habe einen Fachausdruck genannt. Obwohl, es gibt ja gar keinen Sinn, dass es extern heißen sollte. Also, von dem her ist das irgendwie ein bisschen failgrad gewesen. Egal. Ähm. Ich beende mal hier die Folge. Warum habe ich eigentlich Eisenspitzhacken, wenn ich... Ach, egal. So. Also, ich beende mal hier die Folge. Es sind genau 12 Minuten jetzt. Äh, damit danke ich mich auf jeden Fall wieder fürs Einschalten nach so langer Zeit. Ist ja noch was im Ofen, 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 Nix. Okay, dann würde ich sagen, bis Tschüss, einen schönen Tag noch und Ade. 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 Tschüss, einen schönen Tag noch und Ade.